Kommen wir mal an die Türche, es hat aufgehört. Noam, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gesprächsrundstab. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, wir hatten schon Sorge, dass alle beim Theater sind. Heute ist es nämlich die Regiere, im Namen der Ulysée. Aber für alle, die jetzt sagen, oh, Scheiße vergessen, 13 Uhr ist noch eine Aufführung. Ich glaube, ist aber alles ausverkauft, oder? Also, insofern ist es egal, ich bin gar nicht bei uns geholt. Unser heutiger Gast, Sie wissen es alle, das ist quasi das Vorstellungs- oder das Eröffnungs- oder Einführungs- oder wie Sie möcht, Ihr Konzert führt Sanne van Heeg. Und alle, die schon mal bei so einem Konzert waren, wissen, dass wir immer ein bisschen Musik haben, ein bisschen reden und ein bisschen Musik machen. Und bevor ich jetzt lange weiter etwas erzähle, möchte ich Sanne einfach bitten, erstmal bitte begrüßen Sie Sanne van Heeg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.